yo was geht ab freunde und freundinnen ich habe eine loopstation ja und eigentlich habe ich mir das ding geholt für die ganzen live streams damit man mal so ein bisschen abspacken kann und ich trainiere jetzt seit zwei tagen und ich dachte mir ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen freestyle geblabla gebeatboxer auf und so und lande das auf youtube hoch dann könnt ihr mir auf jeden fall mal sagen wie ihr dazu findet und ob ihr mehr von diesem shit hören wollt wie gesagt seit zwei tagen benutze ich das ding also verzeiht mir eventuelle fehler fangen wir an mit ein bisschen jazz so 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 es ist auf jeden fall sehr sehr geil es macht unglaublich viel spaß wir können ja noch mal was anderes probieren und zwar ein bisschen techno 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 so 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 Der Akku geht leer. Ich sehe gerade der Akku, der Kamera geht leer, deswegen mache ich hier schnell wieder aus. So Freunde, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, ob ihr mehr davon sehen wollt, ich muss mich beeilen, ansonsten ist das hier alles scheiße. Oh mein Gott, der Akku blinkt. Fick dich Akku. Freunde, sagt mir Bescheid, dann mache ich noch ein bisschen, wenn euch das interessiert. Tschüss.